Cooking-Tipps zum Gericht von Fiverr. Da haben wir vorhin gemacht, ein Wiener Schnitzel und dazu ein Kartoffelsalat. Jetzt gibt es zwei Tipps zum Schnitzel. Zum einen könntestand normalen Paniermehl einfach mal Panko nehmen. Das ist ein grobes japanisches Paniermehl und dadurch wird der Schnitzel noch knuspriger. Zum anderen in das Ei mal ein Schuss Sahne reinmachen. Das ist ein Tipp, den ich von Johann Lafer habe. Verändert den Geschmack des Schnitzels. Solltet ihr unbedingt ausprobieren. Dann hatten wir den klassischen Kartoffelsalat gemacht mit Brühe und das Ganze dann auch noch verfeinert mit Gurken. Was wir auch machen können, ist festkochende Kartoffeln würfeln, blanchieren, heißt in Salzwasser garen, scharf anbraten, dass sie ein bisschen knusprig sind und dann mit Gurke vermischen und dann mit Mayonnaise und mit Joghurt, Koriander dazu, Sesamkörnerschuss, Sesamöl. Dann habt ihr so einen leicht asiatischen Kartoffelsalat. Das waren die Cooking Tips mit Steffen Henssler. Ab in die Küche, kochen!